hallo ich wollte einfach mal danke sagen und zwar danke dass ich jetzt endlich den mut hatte mein youtube kanal zu starten das ist gerade gesehen das war jetzt gerade nur ein vollgeschriebenes flipchart für mein gerade eben aufgenommenes video für meine community das jetzt dann auch hochgeladen wird also danke für diesen youtube kurs dass ich jetzt endlich in die umsetzung komme diesen kanal gestartet habe und dadurch auch schon erfolge feiern konnte dann möchte ich danke sagen für den klaren pitch den ich jetzt endlich habe durch den pitch kurs weil ich habe endlich diesen klaren fokus dass wenn ich neue leute kennen lerne die sich für das interessieren was ich eben mache dass ich sagen kann okay ich bin der und der ich mache dessen welches und das hast du auch davon also auch hier der klare fokus ganz kurz und knapp zu sagen was kann ich was wer bin ich und was hast du eben davon und dann auch noch mal danke für diese leidenschaft diesen umsetzungs willen den ich jetzt auch habe durch die ganzen kurse auch bekommen habe jetzt mit den ganzen sachen auch zu starten also auch hier ein großes dankeschön und jetzt fragst du dich sicher mehr was unten und was will er mir jetzt denn damit sagen du machst vielleicht auch schon online kurse hast viele gekauft hast coachings gemacht und scheitest vielleicht eben auch manchmal an der umsetzung oder die ps eben auch die straße zu bringen und da muss ich eben ganz klares dank sagen danke liebe ariane willikonski ich freue mich echt und habe mich so gefreut die kurse bei dir zu machen und diesen umsetzungs willen diese leidenschaft die du auch rein legst du willst dass jeder teilnehmer der erfolgreich wird dass die leute eben genau die ps auf die straße bringen und endlich anfangen und darum geht es natürlich wissen tun wir alle viel aber es geht natürlich viel darum das ganze wissen dann auch umzusetzen und ja die kurse die ich bei dir gemacht habe eben den youtube kurs den für die pitch challenge waren einfach echt mega cool und da sage ich ganz herzlichen dank weil ich habe eben ja jetzt diese umsetzung stärke habe auch den klaren fokus wie ich das ganze umsetzen kann ob auf youtube ob mit dem pitch also ganz klare weiterempfehlung an dich liebe ariane ja ich würde immer wieder teilnehmen man kann wirklich die kurse nur empfehlen ich bin übrigens der florian der langhaarige buchhalter und ich bin digitalisierungs- und automatisierungsexperte für deine buchhaltung und wie gesagt ich sage einfach noch mal versucht zu malen dankeschön dankeschön dankeschön